Ah! Ach hier! Ach hier! Ach hier! Ach hier! Ah! Ich werde das ein bisschen nicht mehr aufhören! Ich werde das ein bisschen mehr aufhören! Deine Zeit ist bald um, Kindchen! Ich bin schon! Eine vollkommen erwärmliche Geschichte! Du! Nein, nein, nein! Ach hier! Ach hier! Ach hier! Ach hier! Ach hier! Das tut gar nicht weh. Was genau soll das? Mediose. Sobald ich... Schön, dass du mal vorbeikommst. Besättiger Mensch weniger. Mediose. Ach hier. Wo sind wir? Mediose. Lass das! Wie kindisch! Incentre. Ab hier. Mediose. Ich werde nicht... Bist du, Todmest. Mediose. Ich bin hier. Was ist hier? Mediose. Du weißt ja nicht, mit wem du dich anlegst! Wo sind wir? Doch, das ist nicht ganz genau. Nein! Ich werde nicht holen. Die, 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 die... Was war das? Mega-Power! Oh, wo sind wir denn hier? Ich schreibe mal mit, um es recherchieren zu können. Ein Dach von Ibims, Teddybär. Teddybär, die auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Da haben die Lieben von Tommi, Tommi, die auch einen wunderschönen guten Abend gewünscht. Irgendwo ist da noch einer. Komm her, Quali! Oh, tust du mir aber leid. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Beide Lager erledigt. Madame Bowman wird sich freuen. Die Wimichie von Hörbi. Du wieder da? Gut! Ravioli! Gucken, ob wir hier noch etwas finden. Tommy, grüß dich! Guten Abend, Teddybär! Hallo, Tommi! Und Wimichie! Wer hier wohl gelebt hat? Oha! Das ist nicht gut. Das ist wieder Anspuckzeug. Äh, dickes, fettes Seil. Hm, nö. Da ist immer eine Leiter. deine ausrüstungsplätze sind voll erst mal gucken wir hier noch da ist ja meine ausrüstungsplätze sind voll will er mich veräppeln ich habe da noch ganz viele ausrüstung 24 von 24 ich muss sachen verkaufen erst mal auf die karte gucken da an dem komischen kleinen wasser sind wir da eine nähe an die oder da in der ruine dringendsten wasser verkaufen ich dachte die ganze seite wäre frei ganz böse nahm zusammen von bregen hat bringen hat die auch einen wunderschönen guten abend gewünscht ich bin mir oben langlaufen bregen hart grüß dich juli ja ich brauche unbedingt einen händler händler bist du ein händler das ist ein ort wie aus dem märchen ja das ist kein händler das war alles nur single player oder ja der enrico haut tausend bits rein mit dem hashtag dahinter enrico danke 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 für teuren 1000 bits ganz großes dankeschön und dem hat heute ganz viele herzen raus alles keine händler alles keine händler ich vermisse das geschäftige treiben die armen kunden trauen sich gar nicht raus zu gehen ganz großes dankeschön enrico danke 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 neue instrumente sind teuer wissen sie ich vermisse madame bowment könnte ich sie kurz sprechen ja worüber denn mrs brottle erzählte mir vom verschwinden ihres bruders die liebe dorothy sie würde selbst nach badolf suchen wenn sie könnte sie erwähnte schwarze magie und sogar die erschwinderin trotz meiner ausdrücklichen warnungen experimentierte badolf drüben am waldesrand mit schwarzer magie ich dachte er würde davon ablassen und es würde irgendwann aufhören aber eines tages kann man nicht nach hause hat ihr bruder irgendetwas mitgenommen das uns helfen könnte ihn zu finden nur seine tasche sein tagebuch und ein wollpullover den ich ihm gestrickt habe das ist alles wovon ich weiß ich melde mich wenn ich etwas sehe oder höre ach danke das ist nett ich wäre so dankbar wenn ich wüsste wo er ist ich weiß tief im innern dass er da draußen ist aber geben sie acht ja 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 genau da werden sie hier badolf wo bist du ich gebe die hoffnung nicht auf spinnfang zahn auch des todes ich verlasse das geschäftige treiben die armen kunden trauen sich gar nicht raus zu gehen wunderbar davon könnte ich jederzeit mehr gebrauchen ich vermisse das geschäftige treiben die armen kunden trauen sich gar nicht raus zu gehen gegenstand verkaufen sehen auch aus ich vermisse das geschäftige treiben die armen kunden trauen sich gar nicht raus zu gehen ich vermisse das geschäftige treiben ja und lasst vor allen dingen eure paulie punkte da so hier müssen wir einmal warum haben warum gibt es hier keinen unterschied legendär und das ist 12 das level 13 den lassen wir mal noch drin verändert sich zwar nichts aber ich möchte da nichts nichts kaputt machen guten hut haben wir gehabt ne der mal richtig stärker war oh ja danke für die komische immer ummorgen das ding jo jetzt kann ich nochmal verkaufen ich habe wirklich angst um die anderen dörfer rheinrock und seine leute sind anders als alle kooper der die ich je gesehen habe die auch eine angenehme nachtruhe mit zu lassen dir gut gehen und schön fleißig sein ne nicht bastirieren gute nacht mit zu schlaf gut und lass dich nicht ärgern waren angucken was verkaufen sie wonein suchen sie genau teilen können wir noch verkaufen wirklich den hier nach mit zu ich danke für den besuchen ich könnte gold gebrauchen so laufen wir zurück dahin oder hier will ich gar nicht rein gute nacht ihr lieben stimme im discord gute nacht liebe stimme im discord gut ach so ja ich denke mal die damme war anja oder so wichtig anja und rama sind im discord kann ich hier kann ich hier ein ding hinsetzen nene wegpunkt festlegen kann ich wohl da möchte ich bitte hin das ding da hinten leer räumen wer weiß wird für tolle sachen dazu kriegen zu finden kriegen die sahen auch schon mal besser aus ein das 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 Vielen Dank.